Die Konzern, die Eberts, haben doch noch Lust aufs Falka, oder? Nee, hat er ja gar nicht gesagt, die Eberts sind. Aber du hast doch gesagt, dass sie sich stört, oder? Ja, sowas. So, also, zur Gemeinschaftsprojekt. Ach so, und ihrjenigen, die nichts gehört haben, was macht ihr jetzt? Alles in Ordnung, oder? Ja, wenn die Eberts damit rumspielen, dann ist das in Ordnung, gell? Ach, no. Ja, ist klar. Ja, wir haben die Pokale, wir haben ja die Sieger, die Null-Tanks, äh... in der Bachmann-Kriegershow. Ja, Daniel, die, äh... die Krisekrankleute haben viel Eis langgekackt in dem Audi, aber... gegen eure Fahrzeuge hat's nicht erreicht, oder? Ja, aber am Ende hat's nicht gereicht, äh... Ja, aber am Ende hat's nicht gereicht, äh... die Protest waren vorne, äh... es war ein taktischer, äh... kluger Zug von dir. Ähm, hier waren, äh... Du bist eben, äh... noch mal wieder ein Stück zurückgesetzt und du hast die Endbahn gesucht, ne? Ja, du wolltest nicht zwischen den Autos beim Start, oder? Ja, äh... Ja, äh... Ja, äh... Also, Vokale werden überreicht. Wir kommen zum dritten Platz. Daniele Holz, der Teamchef von den Blu-Tanks. Und jetzt noch einmal ein riesen Applaus... WOOOOOOOH! Der Räumen ab! Der zweite Platz geht an Henry und Ronne! WOOOOOOOH! WOOOOOH! WOOOOOOOH! 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 Und jetzt hier kommt der HALM DAS 을 stört zu Periodien, wie wir die Bühne zu den meisten kommunalen. WOOOOO! Ja, der Nachwuchster Marveld Rauf, Ballermeister Sivanowski, überleicht noch einmal die Pokale, der Nachwuchsmann der Bedeutsch kommt noch mit auf Sieberprodessen und das wird noch einmal die Freier, Tüger, Effeksi Kessel von Grimmel für die Prodessen und die Prodessen.